Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 7905 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich ziehe positive Menschen in mein Leben. Ich ziehe positive Menschen in mein Leben. Hier habe ich vor 20 Jahren meine Karriere begonnen. Damals war ich Lehrling. Heute bin ich Geschäftsführer. Hier habe ich vor 20 Jahren meine Karriere begonnen. Damals war ich Lehrling. Heute bin ich Geschäftsführer. Hier habe ich vor 20 Jahren meine Karriere begonnen. Damals war ich Lehrling. Heute bin ich Geschäftsführer. Wenn ich darüber nachdenke, muss ich sagen, dass mir dein Vorschlag besonders gut gefällt. Wenn ich darüber nachdenke, muss ich sagen, dass mir dein Vorschlag besonders gut gefällt. Wenn ich darüber nachdenke, muss ich sagen, dass mir dein Vorschlag besonders gut gefällt. Sollen wir diese Datei durch eine Neuprogrammierung ersetzen? Sollen wir diese Datei durch eine Neuprogrammierung ersetzen? Was meinst du dazu? Sollen wir diese Datei durch eine Neuprogrammierung ersetzen? Was meinst du dazu? Geduldig zu sein bedeutet, den Augenblick zu genießen, ohne in Eile zu sein. Geduldig zu sein bedeutet, den Augenblick zu genießen, ohne in Eile zu sein. Geduldig zu sein bedeutet, den Augenblick zu genießen, ohne in Eile zu sein. Die Kundgebung findet heute vor unserer Schule statt. Wir erwarten ca. 500 Demonstranten. Die Kundgebung findet heute vor unserer Schule statt. Wir erwarten ca. 500 Demonstranten. Die Kundgebung findet heute vor unserer Schule statt. Wir erwarten ca. 500 Demonstranten. Er scheint der Einzige von euch zu sein, der einen Laptop hat. Warum ist das so? Er scheint der Einzige von euch zu sein, der einen Laptop hat. Warum ist das so? Er scheint der Einzige von euch zu sein, der einen Laptop hat. Warum ist das so? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Wenn euch wieder auf desses rein und einen Laptop hat. Wer nicht mehr, wenn euch zu sein, die einen Laptop hat. Wenn euch zu sein, was ich nicht mehr so? Oder oder was macht euch zu sein? Der Einzige von euch zu sein, ist das so? Und was ist das so? Oder ich hätte dieointed. Vielen Dank.